Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Procordi mit mir, dem Chris und ihr seht es, ich hab mal wieder ein paar Kisten für euch vorbereitet. Ja, ich hab heute ein paar Gamma-Zwei-Kisten für euch und noch drei von diesen Aufkleber-Kapseln, immer noch in der Hoffnung, den Crown-Stick dazu bekommen. Äh, ja, ich war jetzt zwei Wochen inaktiv, das lag daran, weil ich extrem krank war, hatte Männergrippe sozusagen, lag die ganze Zeit im Bett und Video machen unmöglich und ja. Aber, naja, ist ja auch egal, ich hab jetzt hier ein paar Kisten für euch vorbereitet und ich hoffe einfach, dass wir wenigstens den Crown-Sticker bekommen oder endlich mein erstes Knife, das wäre ja richtig sick. Ich glaube, da ist zwar nicht dran, aber man weiß ja nie, vielleicht hat Gaben ja für uns heute das erste Knife, das wäre schon geil. Aber erstmal öffnen wir jetzt die drei Aufstiegskapseln, sag ich schon, Aufkleber-Kapseln, in der Hoffnung auf den Crown-Sticker, das wäre schon übelst Profit. Und deswegen, ich hoffe einfach mal, dass wir reinlacken und der erste Blue-Skin kommt hier reingerollt. Ach man, ach man, es fängt schon wieder gut an. Hab jetzt zwei Wochen kein CSGO mehr gespielt. Und dann auch so ein Kack-Sticker, der nix wert ist. Warum nicht Vincent's in Holo? Ach, ja. Komm schon, bitte. Irgendwas Gutes. Warum nicht Welcome to the Clutch, der ist Vincent's ein bisschen was wert. Ja, komm. Naja, egal, da hatten wir jetzt natürlich kein Glück, wie man sieht. Aber wir haben ja noch neun. Also hier sind acht, aber ich hab noch einen Schlüssel, kann ich mir gleich noch kaufen. Haben wir noch neun Gamma-2-Kisten. In der Hoffnung auf mein erstes Knife, das wäre so übertrieben sick. Und wir kriegen eine Negev. Da freut man sich. Ich wette, wir kriegen heute nicht mal ein Pink-Skin. Mit meinem Glück. Aber naja. Aber so ein schönes Gamma-Doppler wäre schon heftig. P90 Grim. Die ist wenigstens ein bisschen was wert. Da beschwere ich mich nicht. So. Komm, wenigstens ist ein Pink-Skin. Der ist doch drinne. Ja, Negev-Stat-Track. Wow. Super. Da freuen wir uns natürlich. Ach, Mann. Kann ich nicht einmal lackern. Oh, da war die Nevo Revolution. Das habe ich wenigstens für das Thumbnail was. Ah, wenn es jetzt schon mal Red-Steam gesehen. Aber wenn wir den ziehen würden, wäre es natürlich ein bisschen besser. Ah, bleib stehen. Oh, Mann. Die Instat-Track ist ziemlich viel wert. Aber selbst die kriegen wir nicht. Komm schon, gib mir mein erstes Knife. Kein Glück hier. Kein Glück. So, drei Kisten haben wir noch. Da war direkt ein Red-Skin am Anfang. Lol. Oh, Mann. Aber wenigstens die Desert Eagle. Oh, die ist richtig abgeranzt. Oh, die ist immer richtig abgenutzt. Einsätze erprobt. Alter, die sieht ja einfach mal richtig abgeranzt aus. Zwei Kisten haben wir noch. Ach, das wird doch schon wieder nichts hier. Ach, Mann. Die letzte Kiste, die wird das alles rausreißen. Muss man noch einen Key kaufen. Ja, autorisieren, bla bla bla. So. Dieser Key wird uns jetzt das Knife hier bringen. Komm, schauen. Ey, diese scheiß Nährgölf, ne? Ich kann sie nicht mehr sehen. Ach, Mann, Leute. Mal wieder überhaupt kein Glück, ey. Nur viermal die scheiß Nährgölf, Alter. Was eine Kackausbeute hier. Naja, in der Hoffnung, dass es das nächste Mal besser wird, beende ich jetzt das Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Case unbedingt. Oder was auch immer. Bis dann. Ciao, Leute.